Und los jetzt! Angriff! Eifatzen! Wow, scheiß Granatenwerfer! Der Scheiß! Hey, Speine! Alter. Eifatzenwerfer! Wo bist du? äh, Raketenleiter Leute, wir haben zwei, ähm, Dings zwei Schützen oben ich nehm den einen mit vor also den da Deckung Halt, dir hast keine Angst gemacht, oder? Doch, Schatz, das hat mir Angst gemacht sehr sogar Schweine, fickt euch ins Meer, missgebotten Awaa Fickt euch! Rein du Fotze! Achso, Alter! Alter! Wieso? Weil ich es mir ernst gemacht habe, weil ich mir Sorgen mache. Alle sind tot. Das läuft, Alter! Wir fühlen uns minuscule gegenüber der Krieg. Eine andere Fremde ist bereit, sich zu schrauben. Aber ich möchte mich immer wiederholen. Was ist Fitt, Sir? Nein! Nein! Ich bin dein Lieber. Ich bin dein Lieber. Und Gott wird mir helfen. Ich bin dein Lieber. Ich bin dein Lieber. Der Dom! Der Dom! Zack! weg du nigga oh ich hab den voll gefickt mit der granate richtig geil stürmen come on oh 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 Scheiße, Arschloch, korrekt du Bastard, korrekt du Digga, oh nein! Das gibt mir Rückendeckung! Das ist ein Schwerpunkt! Das ist ein Schwerpunkt! Wow, holy shit. Das weiß ich nicht, Baby. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich muss stürmen, ich muss stürmen. Tod, du Bastard. Ich muss stürmen, du Bastard. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Das war's. Der Rekt, du Neger. Alter. Oh fuck, ich hab mich grad selber getötet. Scheiße. Alter. 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 Was? Das ist ein Student. Ansin. Ich habe gesagt, gehen Sie, suchen Sie, finden Sie ein Weg, um es zu funktionieren. Dötetre den Knoten wird das Leben geben. Das ist wahr. Wir wissen, dass wir etwas gut gemacht haben. Wir sind auf diese Idee und wir sind in der Boucherie. Wir sind in der Boucherie. Du n***er. Headshot. 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 Alter! Da ist noch einer. Das ist ein bisschen ruhig, ich bin am zocken, Alter. Ciao! Dad? Dad? Kannst du mir die Kippen da lassen? Ja, trotzdem. Der ballert mich von hinten an. Kannst du mir die Kippen? Kannst du mir die Kippen? So, ich bin fast jetzt. Komm her! Was? Alter! 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 Jawoll! Rasiert! Headshot! In die Schulter, Alter! Durch! Ich sehe sie! Die Allgemeine kommen! Ah, voll in den Arsch geschockt, Alter. Ich muss mir jetzt trotzdem zwei Kippen da lassen. Boah, der ist voll weggeflogen, Alter. Boah, in den Hals, Alter. Fickt der Panzer. Ich hab ihn nicht erwischt, Scheiße. Ich hab ihn nicht erwischt. Jawohl, er ist gepickt. Ich hab ihn nicht erwischt. 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 Woher wir gehen? Wir werden nicht erwischt. Wir werden nicht rief. Ja! Stimmt ja, ich gehe da. Weiter. Ich muss ja die anderen suchen. Leute, ich weiß nicht, ob ich heute die Folge durchmache. Oder ob ich gleich... Wenn ich weggehe. Wenn ich weggehe, weiß ich nicht. Oh, mein Gott. Ich kann es nicht mehr kommunikieren. Ton ist aus. Snipen! Was ist das, das ihr snipet? Der Spaß ist. Verdammt! Einer von denen! Was wollt ihr denn? Alter! Ich wollte nur snipen, ne? Habt ihr alle aufgeweckt? Was ist der echt, du Mist? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hoffe, ich habe das nicht. Was ist das? Was ist das? Oh, Headshot, Alter! Übelste Headshot! Bisschen wochenlang, dass ich... Munition sammeln kann. Weil ich habe bestimmt von den Scharfschützen... Mein Baby hat geschehen... Mein Baby hat geschehen... Schat! Aber egal. Oh, da! Super! Gut, da hinten sind sie. Ach du Scheiße. Alle umgebracht. Wir können das Gefühl des Geheimdienstes entfernen. Er lernt das Bösen. Oh, da oben ist einer. Wenn da oben keiner ist, dann gehe ich da hin. Barrage, direkt vorne. Mit den Allemann. Da hängt einer. Scheiße. Es muss nicht, dass die Allemann mich sehen. Scheiße. Merde. Hier ist eine Patrouille dabei. Eine Patrouille Allemann. Alter, hast du ein bisschen, was? What the fuck? Was? Oh, Alter! Arschloch. Scheiße, Dreck's Geburt. Didi? Ach, was? Dann gibt es unsere Brom ситуator einzusross estan. Ich muss alle Dave spürzen, was etc. Ich darf es nicht einmal nach convsetzen. Diese Patriaken sind dabei. Der Kommandant will nicht, dass wir Tunneliere gepackt nehmen. Sollten wir anders gehen. Der hat fest, dass er da oben war. Alter! Genau in die Arme! Und Feuer! Alter! Nicht verrecken! Alter! Was zur Hölle? Wir verarschen! Ich bin jetzt mit dem Zweimer schon gestorben. Der Tontola wird gleich fliegen lassen, Alter. Die Tontola wird gleich fliegen lassen, Alter. Es muss nicht, dass ich mich über diese Patrouille fasse. Ich bin backender von dem Kreuzfeld bewegt, tryna ich drohte alles nach dem Institut. Nun erzählitat es, wir werden hier satisfactory sein. Der Kommandant bitte hier hinter den Leere gefangen. Voll der anderen Institut-Lung! Was ist denn? Fuck, da ist noch einer. Komm, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Jetzt. So, zwei sind tot. Verfickten Alarm aus. Ich heiße diesen verfickten Huren Sonnalarm. Und vielleicht die nehmen. Weil die ist besser. Und die Kanaten. Wie viele habe ich von dir? Drei. Drei, okay, gut. Jetzt, um relaxen. Erstmal den Typ da. Sind da. Gut gedrückt. Schieb durch. Wie ist denn den Typen? Eie. Zeh ich nicht. Da ist einer. Oha. Voll getroffen, Alter. Wir sind hier. Alle zusammen. Oh. Oh, 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 oh. Er ist nicht gestorben, der Bastard. Du bist ja nicht verreckt, Alter. Ich habe ihn noch in der Granate hingeschmissen. Ein Geschenk für ihn. Wo sind sie? Wo ist einer? Wo ist einer? Es ist einer von denen! Ah, fang recht auf! Ich habe ihn zweimal in der Granate hingeschmissen und die sind nicht alle verreckt, Alter. Verarschen? Hat die gestört oder was? Oh, fuck! Mann, die verrecken doch mal, Alter! Ball auf die und die verrecken gerne! Aber ich gleich! Alter, fickt euch doch nichts nie, Alter! Aua! Wollt ihr mich jetzt verarschen? Komplett flaxen? Alter! Ich hätte das Spiel letztens durchgespielt, ohne zu verrecken! Und hier verrecke ich die ganze Zeit! Ich habe dich schon! Ich habe dich schon! Oh Gott! Ja, ein Schiengewehr! Oh, fuck! Komplett flaxen! Komplett flaxen! Alter! Alter! Schild doch mal! Schild! Alter! Verarschen, Jungs! Ich glaube, die wollen mich komplett verarschen! Ich bin schon! Ich bin schon auf Alpha! Alter! Ja, lass mich doch mal kurz heilen, Jungs! Hallo! Alter! Ja, Leute! Wir sehen uns in der vierten Folge! Alter! Die facken mich so ab hier, Leute! Ja, wir sehen uns! Bis gleich! Ciao!